Nichts mal nicht wieder verkacken. Direkt hier abäimen zum Geld hin. Da kommt gleich einer. Ja. Mit Ansage. Boah, knappes Match-Over, Alter. Mit einem vorne hier. Oh, Alter. So kann man schon richtig mies snipen hier. Also. LOL. Mit dem letzten Schuss. Oder die das Spiel halt einfach spielen. Und nicht so wie wir verplant rumahern. Und einfach nur. Komm hier, Rocket Launcher. Zack. Ja. Mit Rocket Launcher durch sein eigenes Portal. Zack, so geht's. Komm, und den anderen noch. Jawohl. Let's go. Oh. Ist doch hier mal Gameplay. Oh. Wo ist der hin? Alter, überall Gegner. Check gar nix. Oh. Was ne Aktion, Alter. Einfach so entspannt. Im Gegensatz zu Warzone. Wenn halt hier auch ab und zu mal so komplette Noobs rumlaufen, ey. Ist gar nicht rein. Ich bin in den Warzone gegangen, ab und zu. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Haha. Das ist einfach Bot Lobby gegen E-Sporter Lobby. Also, die sind auf jeden Fall. Die sind gut. Die wissen, wie es funktioniert. Die hat mich gar nicht trifft, ey. Oh, was ist böse, Alter. Kaleidoscope. Okay. Die treffen mich ja echt gar nicht. Was ist los, ey? Einbruch der Redfurt. Zack. Schmidt mit dem Sniper Hedge hat den Victory geholt. So muss es sein. Andere Waffen sind ausgeschaltet, ja. Also, wir können gar keine aufheben. Ja, weil diese Wurstwaffe echt krass ist. Boah. Alter, hab ich dich da gerade one-shotted irgendwie? Nein. Ich dachte, du bist weiter unten. Das ist so kritisch. Keine Hits, keine Hits, lor. Boah. GG, Alter. Ich weiß auch runter. Wie ich erst drei Portale daneben schieß, Alter. Aber ein gut fucking game. Alter, war das ein Nervenkitzel, Alter. Aber es ist wirklich ein Geminius. Aber es ist wieder eine Hitschrift. Ich weiß nicht. Er ist ja 모두. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber es ist wieder ein Ratsch. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und wie ich bin. Dieses hier ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber es ist auch nicht. Magnificent Gold! We'll see you next time! Oh, hier hänge ich fest, wenn es jetzt gleich knackst, sorry. Okay, wir sind wieder safe. Sorry, ich dachte ich habe es geschafft, den Controller inklusive Kabel zu befreien vom Stuhl. Ohne Knackser. Ich hatte es eigentlich gerettet, Controller, Kabel, alles haben sich nicht mehr... Ich bin mit meinen geilen Inlinern einfach den Turbo der Hölle drauf und schaffe es halt gar nicht, ja. Oder einfach gar nicht springen. Einmal, na komm. Kann mir keiner sagen, ich hätte es nicht versucht, ja. Ja! Ich war... Ey, ich war doch schon so fast wie drauf, oder... Und er hat sich doch auch einfach festhalten können. Ja, ich würde halt jetzt drauf scheißen, ne, wenn ich jetzt... Jetzt hänge ich erst mal hier fest. Okay. Kompletter Glitch, alter, kompletter Glitch, ey. Alter, jetzt hier noch auf so'n Flugdach. Und fliege, oh mein Gott. Die fahren noch mal komplett auf hier. Ah, ich seh' in meine Augen da. What's popping here? Ähm, ich wollte mich schnell einsteigen, weil ich bin sonst tot. Oh, Timing. Hm, macht mega gut. Was zum Teufel? Bist du... gegen den... gegen das Dach geflogen, oder was war das? Safe. Ich... Der Flügel ist wahrscheinlich einen Millimeter gegengekommen. Wo die Autor steht. Ui, da! Nein, er macht da... Zwei, drei Stück, alle. Zwei liegen. LOL! Wie ich Emi Sargat gesaved hab, ey, der wär gefinished worden. Boah, da sind noch plenty hier. Boah, einer noch. Ah, Feli. Ah, nein. No, no. Äh, keine funktion. Vad ist das? Steb' Apps in die einen Gron هذا. T剛剛 die Verhältnisse zu tunen, äh. Ich war in der Mauer, außen. Okay, da hinten alles. Jawoll, wie lange die Siegesanimation jetzt aber irgendwie brauchte. Oha. Ja, ich glaube, das ist aber mit Absicht so gemacht, oder? Das ist dann hier noch so. Aber die ersten schaffenden Lämmerbüster, aber dann müssen wir sofort am Arsch. Okay, ich habe noch so einen Charm anlockt. Ach, das ist mit Absicht so gemacht, dass man es gar nicht schaffen kann, oder? Ja. Mh. Das Team hat eine ganze Menge Leben. Lose all your lives and you're eliminated. Da stand halt einfach V für Voice Chat dran, aber ist ja nur Controller. Jetzt muss ich vielleicht gleich auf einer Tastatur eine Taste drücken, die es natürlich nicht gibt. Good job. Oh. Steps hier. Yes, erster Kill, Alter. First Blood auch. Zack. Der ist rotiert irgendwo. Alter, was dein Hetzschlubschneiden. First Nate. Boah, hab mich. Boah, was? Feiner hab ich mit der Nate gekillt lang. Boah. Ach, hinter mir schon. Boah. Stört. Hinten links. Kein Respon. Da sind wir hier. Ich seh'n, der kommt zu dir. Boah. Was ne Geburt. Letzter Kill aber stark. Chechy. Erster Win hier. Bam bam. Wie viel Eliminierung haste? W. Keine Ahnung, ich gerade nicht mehr leider. Ecke gar nicht gesehen aber auch ey. Ich hab ihn. Zehn. Boah. Zum Glück hat er einfach nicht zurückgeschossen, der Bruder. Zum Glück hat er einfach nicht zurückgeschossen, der Bruder. Die gucken beide zu mir. Die links kommt da. Stunt. You got 10 seconds. Double kill. LOL. Double kill ey. Zweite Finale in Folge. Dich jetzt mal nicht wieder verkacken. Direkt hier ab eben zum Geld hin. Da kommt gleich einer. Ja. Mit Ansage. Den hätte ich auch noch haben müssen. Fuck. Jetzt wieder nicht zu gierig werden hier. Du bekommst Team Baker. Ja. Das war's. Meine Mates haben's gemacht ey. Ich hab immer 2 Kills dazu beigetragen. GG's Alter. GG's. Das war's. Hab ich auch mal so'n damn Trio gewonnen. Vanguard Alpha ist durchgespielt. Kann ich sagen. Schmidt. Hab ich mich ver. 21 Uhr. totally den Tag ein Bind. vomf ist. Genau.